Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Part von Let's Battle Halo. Im letzten Part haben wir ja schon einiges erlebt und haben ja auch gesehen, dass es in Halo halt etwas auf Skill ankommt und meins geworden. Im letzten Part von Let's Battle ist es ja weg und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Szene wieder. So, sind wir jetzt im Big Team Slayer, also Big Team. Ja, okay. Nein, ich nehme meine Ghost. Ich nehme meine Ghost. Meine Ghost. Das ist ja meine Ghost in Ruhe. Oh, Junge. Ey, Mädel. Lass mich doch mal in Ruhe. Nein. Shit, shit, shit. Nein. Shit. Ich bin so dämlich. Nein, ich hätte den überfahren sollen. Nein. Okay. Passiert. Ach, hier gibt es doch Flugzeuge, krass. Wie? Wusste ich jetzt gar nicht. Aber dafür haben die im Panzer? Nee? Okay. Okay. Shit, shit. Ah, von hinten. Ah, ich hasse das immer. Wenn die Leute von hinten kommen. Das ist nämlich das, was ich immer hasse, wenn die... Wenn die wirklich schön... Einen schönen Flow hast. Wow. Was? Woher? Wo? Oh, von hinten. Ernsthaft? Ey, sowas hasse ich von hinten. Okay. Steam R. Wow. Okay. Ich geh mal weiter. Ich geh mal weiter. Ich geh mal weiter. Und der ist AFK. Ernsthaft? Och, Jungs. Ah, meine scheiß Nase läuft. Was? Ein Sniper. Ernsthaft? Ich geh mal, ob es da oben auch ein Sniper ist. So. Erledigt. Wow. Mein erster Kill. Offscreen. Äh, onscreen. Wow, wow, wow. Ah, shit. Shit, shit. Nein. Nein. So geh ich nicht drauf. Ey, woher hat denn der dieses Flugzeug? Ey, ich will die Hornet haben. Ich will die Hornet? Mädels. Ich will diese Gottverdammte Hornet haben. Und ein Scharfschutz ist hier auch noch. Ein scheiß Camper. So. Unterstützung. Okay. Ist aber wenigstens eine Medaille. Hier. So. Mal sehen. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Aber das hat irgendwas gemacht. gemacht. Keine Ahnung, was. Aber es hat irgendwas gemacht. Wenn es wüsste was, dann wäre es einfach. Okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay. Mal gucken. Die scheiß Hornet geht mal auf den Senkel. Dann der blöde Warthog. Fuck. Wow. Warten da jetzt den Rocket Launcher her. Woher? Leute. Hier ist irgendwo ein Sniper. So. Mal da eine Granate hinwerfen. Oh. Ernsthaft. Okay. Oh. Der Typ der Affe. Och. So ein Kunde. Geht der AFK. Nein. Nein. Gibt es hier irgendwo ein Fahrzeug? Wo ich sage, ja, okay, das nehme ich jetzt. Warte mal. Die Hornet. So. Ei, 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 ei. Ach du Blöder. Nee, Mann. Scheiß Hornet, ey. Ey, das mit der Hornet geht mir so auf den Schweller. So schnell hier hoch. Das ist ein Ding, wo ich sage, nee, das nervt. Das nervt. Das nervt ungemein. Okay. Okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ey, das war mein Kill. Du Kunde. Du Kunde, das war mein Kill. Hat er mir den Kill geklaut? Ich glaube, der ist nicht mehr ganz knusperbar an der Platte. Ich glaube, ganz knusperbar war er nicht mehr an der Platte. Hä? Habt ihr irgendwas gesehen? Ich habe nichts gesehen. Wow. Wow. Hat er nur eine Meise? Nein. Woher haben sie diese Waffen? Ich frage jetzt, woher haben sie diese Waffen? Und das ist das, was ich meine. In Halo ist auf Skill aus. Und Mapkenntnis. Mapkenntnis ist auch wichtig. Weil die Waffen, die man so auf der Map findet. Kann wirklich hilfreich sein. Du blödes, kleines Dreck. Dreckfied. So. Weg ist er. Nein. Der kleine... Nee. Woher habt ihr diese Waffen? Leute. Woher habt ihr die? Das will ich jetzt wissen. Nein. Nein. Junge. Uh. Elf Minuten. Wow. Wow. Hä? Hat der von da hinten so... so gut gezielt mit dem Sturmgewehr? Dann Hut ab. Dann wirklich Hut ab. Ops. Nein! Woher kam jetzt der Beschuss? Ach, die Mongoose können ja auch schießen in Halo 2. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Also jetzt ehrlich gesagt, das wusste ich gar nicht. Dass sie auch schießen können. Ja gut, Halo Multiplayer hatte ich schon lange nicht mehr gezockt gehabt. Also Halo 2 Multiplayer. What the fuck? Also jetzt ganz ehrlich gesagt. Jetzt mal ganz ehrlich. Mit diesen... Diesen gottverdammten... Also mit diesen... Sprengwaffen... Muss ich echt sagen, es nervt. Ach Junge! Ich dachte, das war eh noch von mir. Nein! Nein! So, da sind wir wieder. Ja, ich habe jetzt hier... Wo? Wo, 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 wo? Ich habe jetzt hier mal wieder... Mal so ein bisschen... Wow! Och Junge! Okay. Ein Rumble Pit ist es hier. Ach, ernsthaft! Also... Alle gegen alle. Rumble Pit? Ach, ernsthaft! Woher denn? Alle haben einen Frack, außer ich. Halt die Leute mich hier echt nicht leiten können. Ey, Leute, Leute, Leute. Ey, aber so ein Rumble Pit ist auch hart. Also hier jeder gegen jeden. Äh, nein! Wow, ein Frack! Wow! So ein Rumble Pit macht halt... Macht halt, wenn man... Wenn man noch... Freunde hat, noch mehr Spaß. Also wenn man es wirklich nur gegen Freunde zuckt. Ja, auf jeden Fall... Weil wenn Halo Infinite draußen ist... Werde ich den Multiplayer zocken. Also Urundeads Battle machen. Ja gut, hier in Halo... Jetzt hier in den älteren Halo-Ten sind ja die ganzen Veteranen drin. What the fuck? War es wenigstens Mana? Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall wird dann hier ein... Let's Battle... Halo Infinite gemacht. Wenn es am 8. rauskommt. Und hoppsala. Und hier rum. Nachladen. Och, ernsthaft. Standet er jetzt ernsthaft da oben rum? Standet er jetzt ernsthaft da oben? Total bescheuert rum? Und hat ihn's auf... Ich kämpel. Hohohoho. Ah. Oh, Junge von hinten. Das kann jeder von hinten. Das ist keine Kunst. Ach, ernsthaft. Oben in der Luft. Weiß ich nicht, von woher er kommt. So, schnell hoch. Ernsthaft. Oh, die Kanade hat ihn nicht getötet. Mann. Leute. Das nervt. Ja, ich kann das jetzt hier nicht zeigen bei Rumble Pit. Bei... Weil das ist hier wirklich sehr... Och, ernsthaft. Da steht einfach nur da blöde rum und kämpft, wie sonst was. Na, warte. Jetzt... Jetzt teste ich was. So, hopps. Oh. Ja. Von hinten. Von hinten. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ich lande dort, um... Zu wissen, dass da keiner ist und... Schwuppdiwupp, war da jemand. Weil das so eine kleine Pussy ist. Ja, auf jeden Fall ist Rumble Pit dann auch bald vorbei. Finde ich positiv. Ich hoffe, dass... Dass die Runde endlich mal vorbei ist. Ich hoffe es. Ich hab nix gegen den Spielmodus Rumble Pit, aber... Dann hier gegen solche... Leute zu machen... Die hier Halo dann zu ernst nehmen. Ja, ja. Shit. Nein. 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 Radar, Radar, Radar. Und Radar sagt hier... Der müsste hier bald erscheinen. Oder der ist über mir. Ich vermute mal eher über mir. Äh. Leute, das war jetzt echt scheiße. Also Rumble Pit. Schöner Spielmodus. Wenn man das gegen Freunde zockt. Oder mit Freunden zockt. Aber nie... Aber nie so. Also Rumble Pit kann ich euch abraten. Also auf jeden Fall... Wenn euch dieser Part gefallen hat... Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da... Unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unten links seht ihr die Playlist von diesem Projekt. Und oben links seht ihr das letzte Video von diesem Projekt. Und auf jeden Fall... Tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer Kasi Mahn. Bis zum nächsten Mal. Tschau.